An der Leinbachstraße wurde jetzt von Bürgermeister Steffen Muß und dem Rektor der Uni Siegen, Prof. Dr. Holger Burkhardt, mit fachlicher Unterstützung von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs das erste neue Ortsschild mit der Aufschrift Universität Stadt Siegen montiert. In den kommenden Wochen werden nun weitere der insgesamt 120 Ortseingangstafeln ausgetauscht. Insgesamt 30 Schilder sind bereits geliefert worden. Auch der Landesbetrieb Straßen NRW beteiligt sich an der Aktion und übernahm an Ort und Stelle 12 Schilder, die künftig an den HTS-Abfahrten zu finden sein werden. Möglich wurde all dies erst durch eine Gesetzesänderung, denn Verwaltungsvorschriften ließen einen solchen Namenszusatz bislang nicht zu. Mit der Umsetzung der Namensänderung ist aber nicht nur der Austausch der Ortsschilder verbunden, sondern auch die Änderung von Briefköpfen, Vorlagen und Behördenschildern. Das Dienstsiegel kann dagegen in der bisherigen Form weiterverwendet werden und auch Pässe und Personalausweise müssen nicht geändert werden.